Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Weichmacher sind chemische Substanzen, die Kunststoffen und anderen Materialien zugesetzt werden, um sie flexibler und formbarer zu machen. Sie kommen in einer Vielzahl von Produkten vor, darunter Lebensmittelverpackungen, Spielzeug, Kosmetika, medizinische Geräte und viele andere Alltagsgegenstände. Obwohl Weichmacher für die Herstellung und Funktionalität vieler Produkte unerlässlich sind, haben Studien gezeigt, dass sie potenziell gesundheitsschädliche Auswirkungen auf den Organismus haben können. Weichmacher können auf verschiedene Weise in den Organismus gelangen, zum Beispiel durch den Kontakt mit belasteten Produkten, die Nahrungsaufnahme oder die Inhalation von luftgetragenen Partikeln. Einige der häufigsten Weichmacher, wie zum Beispiel Bisphenol A, BPA und Phthalate, werden mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen in Verbindung gebracht. BPA, das in vielen Plastikprodukten und Lebensmittelverpackungen vorkommt, steht im Verdacht, hormonelle Veränderungen zu verursachen und mit einem erhöhten Risiko für Krebs, Fruchtbarkeitsprobleme und Entwicklungsstörungen in Verbindung gebracht zu werden. Phthalate, die in Kunststoffen, Kosmetika und Reinigungsmitteln enthalten sind, können das endokrine System stören, was zu hormonellen Ungleichgewichten, Asthma und anderen Atemwegserkrankungen führen kann. Die Exposition gegenüber Weichmachern kann eine Vielzahl von Beschwerden hervorrufen, darunter hormonelle Störungen, Entzündungen, Allergien, Asthma, Unfruchtbarkeit, neurologische Probleme und sogar Krebs. Die Auswirkungen können besonders bei Kindern und Schwangeren besonders schwerwiegend sein, da sich ihr Organismus noch in der Entwicklung befindet. Um die Belastung durch Weichmacher zu reduzieren, können Verbraucher Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel die Verwendung von Glas- oder Edelstahlbehältern anstelle von Plastikbehältern, den Kauf von BPA-freien Produkten, die Vermeidung von erhitzten Kunststoffen und die Auswahl von natürlichen und umweltfreundlichen Kosmetikprodukten. Insgesamt ist es wichtig, sich der potenziellen Gefahren von Weichmachern bewusst zu sein und Maßnahmen zu ergreifen, um die Belastung zu reduzieren. Durch die Vermeidung von belasteten Produkten und die Auswahl von gesünderen Alternativen können Verbraucher dazu beitragen, ihre Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Wir hoffen, dass wir Ihnen helfen konnten, mehr über Weichmacher und dessen Einfluss auf den Organismus zu erfahren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie bitte nicht, es zu teilen und unseren Kanal zu abonnieren, um weitere informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Durch und Durchgesund!